hallo euer Weiküller mit Rechart für Konos und Rostkanal und drückt zu Gears 5 ich hoffe es funktioniert mit der Aufnahme vor allem ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer ohne sich hier gar nicht machbar zu realisieren wäre vielen vielen lieben Dank dafür so wir sind immer noch hier bei Kapitel 1 immer noch bei der Rekrutierungsoffensive wenn du ein bisschen Zeit für dich brauchst wir müssen ja nicht sofort los müssen wir doch okay da hängt nicht um die Beleuchtung ein aha alright wir haben ja Munition hohe aufnehmen check oh kommen wir wieder Komponenten wie viel eine eine was haben wir hier schönes Splittergranate warum kriegen wir hier soviel Granaten äh soviel Waffen wo ist der Schalter Sammelgesteckt Marzka oh 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 nehm wir auch mit das hat ja immer hier so was von Endgegner dann ein Boyzfeind oder nicht ich hoffe es geht dann gut dann alle gesunde Mutterschalten die die Beleuchtung ein Hammer ich wusste ich wusste kannst du das fahren mehr oder weniger was alles klar Markus hat Jack gerade die Koordinaten an der Lage in Norden noch was nur klingt nett wasch das da oben ah Komponenten noch höher Moment 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 drei Komponenten gefunden aha 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 gehen wir da runter ja immer schön umgucken ne und noch mal schauen was wir hier für Komponenten haben Blitz Angriff äh da machen wir hier gleich da haben wir acht Stück Hammer und können hier Upgrade Blitz erzeugt mäßigen Schaden aha immerhin bisschen besser und bald sind wir auf der Stufe ne ohhh und da können wir alles nix machen Gesundheit da brauchen wir drei äh Unterstützung Upgrade Impulse brauchen wir nicht erweitert Matrix brauchen wir nicht erweitert Matrix ich brauch das hier haben wir da oben noch was liegt da noch was nö Alright dann düsen wir mal ne Snowboard oder was ein modernes Snowboard nenn ich mal das ein ein wir A D also werden wir auch noch voll die 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 wie geil oder wie geil und die musik noch dazu da kommt er gleich hier freiheitsfeeling auch oder ja sorry mein fehler ist es wow 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 Das ist, dass du gefragt hast, wie's mir geht. Danke fürs Fahren. Ist das echt nur anstrengend? Genial, oder? Ich liebe das Spiel, echt. Wow. Und ich versuch, so weit wie möglich zu kommen. Tut mir leid, wie JD dich vor einem Dorf behandelt. Ja, ja. Er ist einfach... Er ist wirklich der Letzte, der sich für ihn entschuldigen muss. Immer schön hier lenken, ja. Stopp, stopp! Tor uns ist ein Tor. Und für mich, dieser Fall auch ziemlich neu aus. Definitiv die neue Kur. Gut geparkt. Na schön, gehen wir drum herum und versuchen es zu öffnen. Schon klar. JD hat dir was verheimlicht. Aber was ist bei mir anders? Du hast uns dein Geheimnis erzählt. Er nicht. Mal ein bisschen umschauen, ja. Stimmt. Vielleicht finden wir irgendwas? Immer vorsichtig hier, ne? Wie gesagt, mein Laptop spinnt total und ich hoffe immer, dass die Aufnahmen nicht ganz verkacken. Was ist da oben? Hey, da draußen. Ist das New Hope? New Hope. Neuer Ort gefunden. New Hope. Weißt du, was mich am meisten ankotzt? Wie JD mit Fass auf Kumpelmach. Was ist denn da oben? Was ist da oben? 10 Monate lang zusammen auf Mission geschickt. Was hast du erwartet? Was ist da oben? Hm, Waffenkammer. Dann bedienen wir uns. Waffenkammer. Overkill brauchen wir nicht. Was ist das? Oh, das sieht aber schon aus. Treeshot. Das ist genau meine Waffe. Jawohl, Treeshot. Ich liebe Treeshot. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Amber. Sieh mal. Jack hat eine Karte der Gegend gefunden. Karte? Eine Karte der Gegend? Jo. Wow. Ziele durchwechseln. Nordweg. Ah. Juho. Schwenken. Markierung. Ein Aus. Markierung. Hab ich jetzt Markierung gesetzt? Okay, los geht's. Okay. Jetzt kommen wir nun zum Tor. Ein bisschen mit der Riegel. Jack kriegt das auf. Jack kriegt das auf. Jack kriegt das auf? Jack, jetzt bist du da. Wir haben aber die Markierung gesetzt, oder? Zu New Hope. Oder nicht? Ort abgeschlossen. Alright. Das war überraschend einfach. Jo. Wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Jo. Ab zum Skiff. Wir sollten auf dem Skiff einfach warten. Bob drücken sie um die Waffen vorne im Skiff aufzuwahren. Ahhhh. Alright. Was jetzt wo ist wieder drauf? Rup. Ja, das ist Kollege. Ja, und will er nicht fahren? Ah. Ach so, ich muss ja nach hinten. Sorry. Sorry. Sorry, ich muss nach hinten. Ich muss ja fahren, ey. Ich muss ja fahren. Wie peinlich. Ollo Geronimo. Nope. Markus. Zurück in 04er? Gerade gelandet. Seid ihr bei New Hope? Fast. Frage. Woran erkennen wir, dass wir da sind? Offiziell hat New Hope nie existiert. Es wurde getarnt als Jameson Fracht-Betro. Achtet also auf Gleiser und folgt ihnen. Gleiser. Geht klar. Hier geht's jetzt weiter. Geht's da außen rum? Nee. Ha. Wo geht's hier weiter? Wo? Ich bin ein bisschen über vorne. Hier lang? Ich hab keine Ahnung, Leute. Zugtunnel. Ein Gleiser Zug. Kann man hier was machen? Ich hab keine Ahnung, wo ich überhaupt gelangfahre. hier langfahre. Hier langfahre. Hier langfahre. Die Koordinaten sind hinter dem Bruch. Parken wir da stehen. Parken. Die kommen ich ja wieder weg. Halten. Hier ist es. Bist du sicher? Ich mein... Ja. Sollte direkt in dem Wald sein. Alright. Dann gucken wir mal, ne? Nun kann Lager. Es ist ein Noncon Lager. So weit im Norden? Meinst du sie sind das Oscarsdorf? Vielleicht. Sammelstück? Wo sie wohl hin sind? Sie waren aus Onkelsdorf. Sie waren aus Onkelsdorf. Sie waren aus Onkelsdorf. Sie waren aus Onkelsdorf. Lina Knorsko. Laut diesem Tagebuch wurde ihr neues Lager zerstört. Also liefen sie hierher. Snap brauch ich nicht. Hier sollten sie suchen. Hier. Snoop 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 Doki Doki Doki. Schnee und Eis. Hallo, ich bin schon aufgeregt. Wo wird uns der Weg hinführen? Da. Hier unten. Es geht runter. Das Ziel wird angezeigt. Wunderbar. Da liegen wir ja noch gar nicht so falsch. Hier ist keine Einrichtung. Hier ist nur ein alter Wald. Glaubt mir, sie ist da. Weiß Gin von diesem Ort? Kein Wald. Nur lauter Bäume. Und haben dasselbe getan. Bist du bei Kapitel 3? Und ist geheim gehalten? What? Geheimnisse was? Die scheint ja heutzutage jeder zu haben. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch nähert. Zentrale Ende. What? Nur Träume. Der Weg nach New Home. Mal ein bisschen umgucken hier. Lalalalalala. Und seid ihr alle schon hier in Vorweihnachtsstimmung? Ja. Ja. Man fragt halt mal, ne? Kann ja sein, oder? Lang ist nicht mehr, Leute. Lang ist nicht mehr. Nur mal. Was macht ihr denn für eine Judo-Rolle? Was macht ihr denn für eine Judo-Rolle? Was ist das für blaue Kristalle hier? Ich hab so viele Fragen. Großartig. Wow. Ich glaub aber nicht, dass es so großartig ist, wenn so ein Sturm kommt, oder? Was atmet der so schwer? Denkt sie? Was? Was ist das für eine Judo-Rolle? Was ist das für eine Judo-Rolle? Oh, oh. Was liegt denn da alles? Ähh. Es ist alles nicht so gut. Ja, wie viele Granaten nimmt sie denn noch? Ja, hallo? Mal vier? Ich meine, so viel kann man doch gar nicht nehmen, oder? Und bei so viel Granaten, die wir jetzt haben, das heißt doch nichts Gutes, oder? Der Kapsel. Nonconscore, Schwarm, wir waren als einzige noch nicht hier. So wird's klappen. Wieso habe ich eigentlich meinen Triester nicht mitgenommen? Ich hab's extra verstaut unter dem neuen Snowboarder oder Segelschiff. What the hell? Mit dem Zug. L-Train. Ein Sturm. Tja, da wären wir. Aber der Eingang ist blockiert. Suchen wir einen anderen Weg. Tja, wir sind ein paar Winter in den Weg hinein. Mal hier ein bisschen umschauen. Oh, check hier. Lagt da was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Achtung! Da kommt Eis! careful. Oh, oh, oh. Und die Häuser sind hier echt und unnichtbar. Rorkas. Wir verlieren dich! Das ist der Sturm! Ich geh weiter! Verstuhrm. Wir müssen New Hope finden. Na los! Hoch, 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 hoch. Auf gehts! Und wer zieht mich hoch? What the fool! Jesus Christ! Ah ne, die gehen! Granate raus! Jack, nicht benutzen! Jesus Christ! Mach doch mal Platz! Weil jetzt beiden Krieg seid! Er ist tot! Dann geh rein! Los! Geh rein! Geh rein! Was war da? Ja, jetzt haben wir Tui stark! Rinn in die Puckse hier! Laufzug! Hilf mir beim Öffnen! Ja, wir haben ja noch! Komm schon, Jack! Ja, wir sind jetzt drin! Im Hauptgebäude, glaube ich! Also gut, ihr sucht nach einem Biogenetik-Labor. Der Eingang ist ein langer Flur. Am dessen Ende sich eine runde Tür befindet. Verstanden! Wir melden uns, wenn wir es finden! Abgefangener Brief! Colonel Todmann! Was soll man machen? Dass man da die Missionsziele nicht angezeigt bekommt? Immer wieder! Das ist ja ein bisschen scheiße! Das steht nur kurz da und dann war's das, ne? Sie rennt da mit dem Megateil da rum, ne? Ist halt ein bisschen schwerer, ne? Aber die Lady kann ja ein bisschen tragen, ne? Hier ist nix! Was? Oh, Scheißhaus! Gibt's hier irgendwas? Nö! Hätte das sein können! Da muss sie sich ins Durchzwängen, ne? Holy Shit! Hörst du das? Ja! Wir sind hier nicht alle! Nein! Keine Sorge! Das wird's schon! Nehm ich an! Nehm ich an! Ja, ich nehm's auch an! Vollstrecker will ich nicht! Ich hab hier meine Superwurme! Können wir umschauen, ja! Oh ja! Was ist das? Das hab ich ganz vergessen! Und was jetzt? Okay, sucht einen anderen Weg rein! Das Labor ist voller Stasis-Tanks! Daran könnt ihr es erkennen! Stasis-Tanks! Verstanden! Stasis-Tanks! Ja, wonderful! Ich muss mich hier wieder einen Weg finden, hier! Ich muss wieder einen Weg finden! Ich muss mit! Nein! Okay, du hast Marcus gehört! Wir finden einen anderen Weg! Wir finden einen anderen Weg! Oder auch nicht! What?! Der Volk! Oh oh! Das haben wir definitiv! Oh ja! Aufsteher! Impuls! Impuls! Nein, nicht Impuls! Ich möchte Angriff machen! Angriff? Blitz? Blitz! 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 What?! Scheiße, Wanderl. Ich hab keine Munition mehr. Nein, 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 nein. Hab ich denn keine Waffen? Ja, gescheide. Nein! Nein! Ich hab ab, ich hab, ich hab. Wo ist er? Wo ist er? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Erledigt. Jetzt hab ich der verdammte Aufseher hier. Oh, holy chick. Breaker. Scheiße, find ihr, was wir suchen und verschwinden dann. Ich hab Breaker. Lollipop. Der Aufseher. What the hell? Leute, ich will ja fixen alle. Gott sei Dank hab ich den anderen Kollegen, ja. Hilf mir beim Heben. Ich mein, aber jetzt hier hab ich ihre Oberkeule. Dadurch, Kleiner. Du auch. Was steht jetzt? Definitiv keine Starzeltanks. Aber was zur Hölle dann? Aber was zur Hölle dann? Nichts Gutes. Das ist klar. Nichts Gutes. Das ist klar. Oh, jetzt ist die Atmosphäre. Mega. Und dafür, dass ich es auf Mittelspiel bin, gar mal so. So ein Gas hab ich noch nie gesehen. Vielleicht, oder? Oder doch? Hier kann man nichts weiter. Hauptsache, da ist Geräte in der Hand, ne? Kann er hier was machen? Den Check. Ich bin schon halbtot. Aber ich hab der Riesenwurm in der Hand, ne? Ich hab der Riesenwurm in der Hand, ne? Ich hab der Riesenwurm in der Hand. Die Oberkeule. I love it. Ich hab die Keule in der Hand. Vor allem die Landschaften und die Gebäude finde ich so mega cool. Sehr unauffällig. Man könnte ja auch einschleichen, ne? Ja. Hat keine Chance, oder? Keine Chance mit dem Gerät. Das Teil ist ja der Ober-Börner, ja. Das Teil ist ja der Ober-Börner, ja. Da kann man ein, kann man ausschalten. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Hallo? Hilf mir hoch! Hallo, 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 hallo. Hallo! Ja, Freunde. Das machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ja, holy shit. Zielfell geschlagen. Aber mega geil. I love it. Tja, Freunde. Das war mal wieder ein weiterer Part von Gears 5. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hab immer noch mega viel Spaß. Geile Kampagne. Und man kann's auch im Multiplayer online spielen. Aber werd schon freuen in der heutigen Zeit. Ich nicht. Wir bedanken uns mal jedenfalls bei euch für's zu sehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Auf uns im Rosti-Kanal. Bitte bewertet das Video. Schreibt es in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch keine Abo habt. Köpfe drücken. Äh, äh, äh. Press that button to subscribe. Ansonsten für dieses Leben. Habt schöne Weihnachten. Frohe Ostern. Guten Rutsch. Schöne Pfingsten. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt's gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Rosti. Thank you and goodbye. Bye bye. Cheerio.